Das ist noch ein bisschen schneller. A gong. Hast du Bildvortrag? Ja, es läuft doch ein wenig langsam. Soll ich nach vorne schauen? Ah, es geht. Jetzt habe ich noch etwa 10 Meter. Okay. Was dir hilft, wenn du das Fenster aufmachst und ausrufst? Der Zuger kennt es nicht als Gefahr. Soll das noch nicht. Soll das noch ein wenig. Soll das不用 auf dem See. Soll es drin, das noch die Churpschäule? Ich habe es gesagt, leider noch etwas zu sehen. Geh schon weg! Bei der Trottel läuft immer noch ein Gleis. Bei der Trottel läuft noch ein Gleis. Er ändert sich das eine Gleis. Ich kann die Hüse auf dem Wasser nehmen, mit einem Regenfeld verursachen. Ich mache das hier nur noch ein Gleis. Ich habe das 10, 30 Tipps. Ich habe das schon recht. Ich habe das 100 Tipps und 8 Tipps.